Ach du Kacke, ach du Kacke. Heyo Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von Skywars zusammen mit Mr. Moorgame. Hallo. Mr. Moorgame, Mr. Moorgame. Welches Kit hast du denn? Ich hab das sinnvollste auf jeden Fall genommen. Aber dazu gleich mehr. Du hast Enderman oder was? Nee. Hast du noch zwei Versuche frei? Sinnvoll? Ähm, also es ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Aber ich möchte erstmal wissen, welches Kit hast denn du? Ich benutze dazu das beste Kit. Knüppel! Ja. Ja okay, jetzt bist du getraten dran. Noch zwei Versuche. Es ist, wie nöte, ist es gut? Hast du noch Diamanten oder eine Spitzhacke? Es ist, ja, es ist sehr gut. Oh cool, danke. Es ist sehr gut, sehr gut. Es ist sehr, sehr gut. Ja, für mich schon. Oh, da ist einer rübergeportet. Oh, oh. Ich hab keine Waffe. Ich hab ihn runtergeboxt. Geil, man. Mr. Moorgame. Du hast den Knüppel einfach. Du weißt, wie er damit umgeht. Du bist der Knüppel, man. Ich hab immer noch ein Geräusch gehört. Ich glaub, da hat sich noch einer rübergeportet. Ne, der baut sich rüber. Hab mich getäuscht. Ähm. Ist sehr für dich sinnvoll. Irgendwas mit Explosionen. Gibst du was? Ja. TNT-Experte. Irgendwas mit Creeper, oder? Ja. Creeper. Glückwunsch, Mr. Moor. Dritter Versuch, da. Oh, oh. Ross. Oh, sauber. Oh, den hol ich mir. Oder auch nicht. Immer wenn ich hoch zu dir gelaufen komme, schlägst du ihn grad runter. Ich nehme dich als sehr aggressive Person wahr. Ich hab ja zwei Leute gekippt, nur mit dem Knüppel. Guck mal hier. Ich hab das folgende Kit. Das. Ja. Oh. Oh, bist du jetzt hier rausgeflogen? Mann, das hätte ich mir niemals mehr, glaub ich, verziehen. Das glaub ich dir. Hast du eigentlich eine Spitzhacke? Dann könnte mir das Dias abbauen. Ja, ich hab eine hier. Oh, stimmt. Ein Dias. Das hätt schon was. Aber lass doch. Ich hab nämlich gar kein Schwert. Ich hab beide Leute nur mit dem Knüppel getötet. Ach so. Ach echt? Du hattest doch bei dem einen Schwert hier auf dem Dach, oder? Ja, ne. Ich hab kein Schwert. Ich besitze keins. Ach so. Okay. Weißt du, was mir schon mal passiert ist mit dem Knüppel-Kit? Sag an. Ich hab mir ja ein Schwert gebaut und als Stick mein Knüppel benutzt. Das ist mir schon mal passiert. Und dann war mein Knüppel... Das hab ich schon mal probiert. Und das geht ja wirklich. Ja, es funktioniert wirklich. Ja, das ist dann das. Fun fact. Dann hoffen sich manche so ein Schwert mit Rückstoß drauf, aber im Endeffekt bringt's einfach nichts. Man hat einfach Verlust. Ich hab jetzt schon mal ein Schwert. Ein Indias Schwert hab ich jetzt schon mal dabei. Okay. Ich baue mich hier gerade rüber. Wo bist du eigentlich? Komm einfach auf die vorhandene Brücke und dann lauf eine Insel weiter. Ja. Denn ich baue mich hier gerade... Hast du eigentlich einen Gold-Appel? Ja, einen Gold-Appel habe ich. Ich hab auch einen gut. Sehr geil. So. Brauchst du... Was wolltest du noch mal haben? Irgendwas von dir Sachen? Ähm... Dir Brustpanzer, ne? Ja, aber... Könnte die einen gleich bauen, son. Das wär schon... Aber ich komm dir mal hinterher, weil du bist da gerade so... So... Ich weiß nicht... Pass auf dich auf, bitte. Liebe dich. Du kennst mich doch. Du kennst mich doch. Mr. Moore, guck dir das mal an. Ey, pass auf dich auf. Tschüss. Ja, nice. Soll ich den in der Mitte mir holen? Hast du einen Enderpernel? Ja. Hol ihn dir. Komm, lass die Hunde frei. Es schreien alle zuhause nur vom Bildschirm. Lass Mr. Moore frei. Wuff, wuff, wuff! Jo! Oh! Er hat dich aber... Oh, Jun! Oh, er hat sich gerettet! Mr. Moore! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh! Das war's dann schon mit ihm. Ein krasser Kampf, der Erz. Hat er sich noch mal gerettet? Nein, hat er doch mal? Er ist down. Hat er sich noch mal gerettet? Nein, er ist tot. Okay. Ich hab noch eine Enderpernel gefunden. Ja, geil, ey. Ja, du räumst hier auf und ich der alte Brückenbauer, der alte Maurer. Ich komm hier mit meinen Blöcken kaum aus. Ich hoffe, ich komm rüber zu dir. Mr. Moore! Ich hoffe es auch. Oh, ja. Hast du noch einen Deerbrustpanzer übrig? Ja, ich hab ihn grad gefunden mit Schutz. Geil. Hab ich überall. Jawoll, jawoll, jawoll. Das klingt doch super. Ich hab allgemein noch genug Deers, um für uns alle Spaß zu machen. Oh, da sind wir. So. Hier hast du schon mal Dings. Ich geb dir mal die Hälfte hiervon noch ab. Und wenn du TNT hast, kann ich das auch haben. Ich hol mir gleich schon... Klar. Und hast du ein Feuerzeug? Jetzt wird er aber gefordert hier, der Gomme. Aber das passt einfach gut zu meinem Kit. Geil. Einfach mal... Ich hab mir noch zwei Goldäpfel hingeworfen. Vielleicht auch über. Mann, jetzt Full-Dia plötzlich. Ja. Oh, hier ist ein Feuerzeug. Super. Oh, ich hör jemanden. Ne, doch. Das war's... Nein, erschreck mich nicht. Hä? Hier, ich hab für dich nochmal vier TNT. Erschreckt du mich nicht. Ich hab jetzt 25 TNT. Da würde ich noch... Hier, Halt. 29. Oh, ich hab auch schon noch ein paar. Ich hab hier noch mehr TNT. Ne, noch zwei TNT, glaub ich, da. Okay. Müssten da einfach rumliegen. Genau. Ah, guck mal, da vorne sind die zwei. Da gehen wir jetzt mal hin. Oh. Pass auf. Ja. Sekunde. Wo sind meine Dings da? Wo sind die... Da drüben. Die Insel rechts neben dem... Genau. Du weißt schon. Du weißt Bescheid. Baust du diesmal die Brücke? Ne, passt bloß auf. Ah, die bauen schon die Brücke. Alles klar. Dankeschön. Ich habe... Dankeschön. Genau. Zwei Schneebälle. Shit. Boah, hättest du jetzt beide jeweils mit einem getroffen. Boah, wäre das geil gewesen. Aber sind genau dann weggegangen. Ja, die kommen. Oder ne Angel. Die haben ne Angel. Hm. Und ich habe TNT. Ich wollen mal zu dem rüber. Ja, mach mal. Jetzt haben... Du musst auch viel aufpassen, weil du hast da keine Enderperle, dich zu retten, oder? Ne. Ich schon. Ich habe nur meine Spinnen wehen. Pass bitte auf. Ne, lass mich mal vorgehen. Oh, oh. Ja. Ah. Oh, macht der viel Schaden. Mein, jetzt hat er aber... Jetzt hat er verloren. Jetzt... Ja, geht doch. Mann, ist das ein zäher Brocken gewesen. Ja, geht doch. Das war ja ein zäher Brocken, ey. Hat er aber lange gedauert. Der wollte echt auch nicht sterben. Der Endgegner. Der Endgegner. Leider noch nicht. Leider haben wir noch ein paar vor uns. Aber auch ganz... Kannst du da einmal hochspringen? Oder so. Da vorne sehe ich welche. Ja, sechs Leute. Ich hoffe ja irgendwie doch, dass ich mein TNT vernünftig einsetze. Ja, komm, oder? Ja. Das war... Du musst schon auf dein Leben aufpassen, ne? Ja, alles klar, Papa. Oh, oh, oh. Die möchte ich weg sprengen. Ja, das sieht doch gut nach einer Falle aus. Nach einer Sprengfalle. So, ja. Oh, oh! Spring! Spring! Oh! Alter. Das, äh... Das probiere ich nochmal. Na komm! Oh, er fällt runter, der eine! Oh, oh! Aua! Hast du einen Feuerresistenztrank? Ja, habe ich, natürlich. Aber der eine ist einfach vor Schreck rückwärts runtergelaufen. Ja, das ist halt das Kind. Da bekommt man direkt Angst und läuft freiwillig aus der Welt hinaus. Richtig, so like a goal. Ich habe den einfach runtergeschubst, gerade mit dem Stick noch. Mein Kompass zeigt, die sind irgendwie ganz rechts, quasi einmal quer. Ach, auf der anderen Seite der Karte? Ja. Ach, und nö. Oh, nö, okay, rückweg. Wollen wir zurückgehen? Ja, ne? Ja, doch. Die sind bestimmt in der Mitte oder so. Aber da ist ja nichts mehr. Oh, ich sehe immer nichts, wenn du in mir wirst. Ja, ich sehe dann auch nichts. Ich habe dann auch mal Panik. Gefährlich. Gefährlich. Oh, die Insel sieht schon schön kaputt gesprengt aus. Dafür mache ich erst mal ein Foto. So. Da von meinem Foto. Ich muss die letzte auch mal wegsprengen. Und damit zu wenig spannender wird. Setz dich mal ein Creeper hinter mich. Oh. Du lebst auch so riskant heute wieder, ne? No risk, no fun. So ist das. Dude. Das ist Gommes Motte. Okay. Okay, wir sollten eigentlich schon irgendwie bald mal in der Nähe sein. Oh! Dich erwischt es einfach. Ich habe den nicht gesehen, irgendwie. Boah, ich dachte eher aber entgegen. Aber ich habe da drüben, glaube ich, einen Namen gesehen. Die müssten doch hier in der Nähe irgendwo sein. Ja, da drüben. Da drüben. Lass mal ganz weit hochbauen, doch mal. Ich habe 25 Stücke. Ne, ich mache was anderes. Ich mache jetzt YOLO. Action, okay? Sonst holst du sie dir. Ach du Kacke, ach du Kacke. Du hast einen weggesprägt. Ich habe einen. Okay, jetzt der anderen. Mr. Warren, du bist dran. Ich komme rüber mit Enderperle. Ich habe ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Oh Gott, wie du rübergerannt bist. Oh Gott. Ich habe auch nur noch drei Stücke übrig, jetzt von meinem TNT. Also diesmal habe ich es gut genutzt. Tja, also das hat Spaß gemacht. Du hast einfach den voll weggesprägt. Das sieht so cool aus. Ich hätte gerne sein Alter, schreibt er auch. Alter, ja. Der fühlte sich, glaube ich, wenig verarscht. Ja, wir hängen mal eine Mini-Runde auf einer kleinen Karte hinten ran. Und sehen uns dann gleich wieder. Zum Beispiel Labyrinth. Labyrinth machen wir mal. Ja, oder Pints. Ja, Labyrinth ist aber auch super. So Leute, da sind wir wieder. Ja, und wir sind beide Schneemänner. Schneemänner. Yeah. So, du gehst direkt in die Mitte, wie immer. Und ich hole mir... Oh, ich mache dir dieses Mal ein kleines Schwert. Oh, los. Ich bin fast in der Mitte. Oh, ich habe gute Sachen bekommen. Ich kann mir sogar noch einen Diabro-Spanzer machen. Nice. So, ich habe für dich ein Schwert. So, ich muss noch meine Schneebälle hier produzieren. So, da habe ich sie. Zack, zack. Zwölf Schneebälle nur. Okay. So müssen wir clever einsetzen. Ich habe auch noch einen Brustpanzer, falls du den brauchst. So, schauen wir mal. Aua, habe mich wurde geschlagen. Hi, ich sehe das gerade. Ich bin hinter dir. Lauf mal. Hallo. Oh, ich wurde gebrandmarkt. Ja, ich habe ihn. Ich bitte auf dich auch. Ich habe ihn schon. Ich habe ihn mit einer Schneeperle runterge... Oh, hier ist ein Wasserheimer. Okay, bringen wir jetzt eh nichts mehr. Hm. Okay, ich habe einen. Top. Ich habe noch einen. Das sind halt die Schneebälle. Hier kann man echt mit dem Schneemannkid sehr gut auf der Karte kämpfen. Der Schneemannkid ist jetzt ziemlich overpowered. Da, lass mal. Da sind noch zwei, oder? Aber die trauen sich bestimmt hier nicht mehr rum. Einer ist das so noch, glaube ich. Der baut sich gerade hoch. Was hast du denn gemacht? Ähm, ich habe einmal... Ah, du hast ihn aber auch bekommen. Ja, klar. Ich wollte ihn im Flug mit der Schneeperle, glaube ich. Mit der Schneeperle? Ne, ich wollte... Eigentlich wollte ich ihn, glaube ich, in der Luft einfach schlagen. Da zu ihm hinspringen und dann schlagen. Das sah aber so cool aus. Dann habe ich nichts mehr geschafft. Warte, das geht jetzt aber wirklich schnell. Naja, dann haben wir jetzt zwei Runden. Zwei Runden hier gewonnen. Eine schöne Runde. Ja, finde ich auch. Das wollen wir mal dazu sagen. Sehr schön. Und jetzt nehmen wir noch für deinen Kanal auch etwas Schönes auf. Wahrscheinlich auch Skywars oder so. Boah, wie du halt möchtest. Ja, Minecraft. Minecraft. Das ist das, die Hauptsache. Und wenn ihr jetzt noch mehr Minecraft sehen wollt, ist der Moos oben verlinkt in der Beschreibung. Schaut dort also vorbei. Und dann sage ich jetzt... Oh, der hat auch einen schönen Skin hier. Oh. Äh, Minecraft. Also dann, Minecraft, Freunde. Tschö mit Ö.